Philipp, erklärst du mal die Regeln oder kann ich einfach anfangen? Hallo und herzlich willkommen zu A, der Kurzfunk von A. Wie immer gibt es 10 Hinweise auf eine Persönlichkeit, die nicht mehr unter uns weilt. Und heute stellt uns eine Person vor, der... Ärmel. Also der heißt Erik, aber er nennt sich Ärmel. Und er hat mir eine E-Mail geschrieben. Und ich muss dich korrigieren, Philipp, es sind nicht 10, sondern es sind 11 Hinweise. Aber das ist okay, weil dafür musste ich mir exakt null arbeiten. Nein, stimmt nicht. Null Arbeit habe ich mir damit nicht gemacht. Ich habe es ausgedruckt, immerhin. Also ich hatte wahnsinnig viel Arbeit damit. Aber vielen Dank, Erik. Dankeschön. Jetzt wollen wir nur noch kurz checken, ob der Dominik auch da ist. Ja, ich habe ehrlich gesagt nicht ganz realisiert, dass wir jetzt schon aufnehmen, weil ich habe jetzt die ganze Zeit dagegen gekämpft, ordentlich aufzustoßen, weil ich nur einen Schluck Bier getrunken habe. Dominik, lass es raus. Das gute Perlenbacher. Perlenbacher? Ja. Oh, jetzt kommt es. Achtung. Oh Gott, jetzt beschämme ich mich ein bisschen. Danke. Oh, Leute. Ja, was? Ihr habt ja nicht gesagt, es geht schon offiziell los. Das tut mir echt leid. Herzlich willkommen beim Rülps-Cast. In 10 Rülpsern zu einer berühmten Persönlichkeit aus der Geschichte. Das macht uns alle nur menschlich. Erstens, ich wurde am 3. September 1875 als drittes Kind eines Spenglers in Maffersdorf in Böhmen geboren. Ich hatte die österreichische, tschechoslowakische und später auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Aus Böhmen kommt die Musik und auch der. Das ist richtig. Das ist eines der Lieder meiner Kindheit. Meine Tante Kuni hat mir immer vorgesungen aus Böhmen kommt die Musik. Sie ist der Schlüssel zum Glück und alle Türen sperrt sie auf bis in den Himmel hinauf. Erzählst du nicht immer von deinem Onkel, dem Kunar? Ist das der Mann von der Tante, der Kuni? Nee, die Tante Kuni ist tatsächlich, ich befürchte, jungfrohlich verstorben. Ja, aber Kuni und Kunar ist aber auch super zusammen. Kunar verwechselst mich jetzt, glaube ich. Das kann es sein. Zweitens. Ja, genau. Keine Ahnung. Schon früh zeigte sich meine Begabung für technische Dinge. Eine entsprechende Ausbildung kann ich aber nicht vorweisen. Ich hörte nur einige Vorlesungen an der TH Wien, war dort aber nie als Student eingeschrieben. Keine Ahnung. Herr Wien. Zu dem damaligen Zeitpunkt, glaube ich, recht angesehen, recht renommiert, aber ich befürchte mich nicht verpassen. Du meinst Wien an sich? Ja, aber auch die TH. Drittens. 1899 entwickelte ich für meinen zweiten Arbeitgeber das erste Hybridfahrzeug und Allradfahrzeug der Welt. Das Konzept wurde später im Ersten Weltkrieg auch militärisch genutzt. 1903 heiratete ich und bekam zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn. Dieser wurde auf meinen Namen getauft, aber zeitlebens mit seinem Spitznamen gerufen. Bin ich der Einzige, der 1899 beim Thema Hybridfahrzeug daran gedacht hat, dass er einfach nur eine Kuh und einen Esel gemeinsam eingefallen hat? Moment. Dominik, die Antwort ist ja. So eine blöde Idee. Fährt ihn an Porsche? Richtig. Das ist jetzt ziemlich gemein dem Erik gegenüber, Philipp, dass du es jetzt schon gewusst hast. Ich finde es auch ziemlich cool, weil du hast beim ersten Hinweis hinten aus gesagt, boah. Und da habe ich schon gedacht, scheiße, jetzt löst das gleich. Sondern wenn ich nicht als nächstes gesagt hätte, scheiße, ich weiß einfach nicht. Ich musste aber auch dem Erik schon direkt, als er mir das geschickt hat, zurückmelden, dass ich auch ziemlich früh draufgekommen wäre. Tatsächlich. Ich lese euch aber gerne noch den Rest seines Lebens vor. Also um ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken, ist ein bisschen unfair. Ich war mal in der Automobilindustrie tätig und war auch mal in der Nähe von Porsche City arbeitstechnisch unterwegs. Nicht für Porsche selbst, aber irgendwann kriegt man dann doch den ein oder anderen Fakt aus der Region mit. Ja, dass man nicht gewusst hätte, hätte ich dich natürlich disqualifiziert. Ich glaube, Erik hat es sich auch natürlich ein bisschen selber schwer gemacht. Er hat es chronologisch aufgebaut. Das ist natürlich auch nicht, das führt nicht ausreichend in die Irre. Mit Streiter Weißmann, eine Frage, Porsche City ist zu Fumhausen. Na, hier halt bei Stuttgart irgendwo, oder? Bei Stuttgart halt, ja. Ja, bei Zufumhausen halt, oder? Ja, ich glaube schon. Hast du einen Plan, wie groß diese? Nee. Also legendärerweise ist ja Herzogenaurach zum Beispiel, die beinhalten ja sowohl Schaeffler als auch Adidas als auch Puma. Und die sind ja jetzt echt nicht so ganz riesig. Und ich habe wirklich keine Ahnung, wie groß Zufumhausen ist, weil das kennt man nur im Kontext Porsche. Boah, nee. Das hätte mich jetzt interessiert. Ja, Philipp, jetzt aufschneiden und sagen, hier war man in der Autoindustrie und dann hier die einfachsten Fragen nicht beantworten können. Wahrscheinlich hat er einfach einen gekauft. Im Jahre 1910 gewann ich mit einem von mir selbst entworfenen Auto des Herstellers Astro Daimler, heißt das nicht Astro Daimler? Astro Daimler? Na, wenn es da steht, muss es stimmen. Astro Daimler, für den ich seit 1906 tätig war, die Prinz Heinrich fahrt. Wow. 1917 wurde ich nicht nur Generaldirektor bei Astro Daimler, sondern auch Ehrendoktor der TH Wien und Träger des Franz-Josef-Ordens. Meine Erhebung in den Adelsstand kam aufgrund des Endes der Habsburger Monarchie aber nicht mehr zustande. Das ist ja auch bitter, tatsächlich. Das ist ein bisschen, ja, schlechtes Timing, würde ich sagen. Ausgeschmiert. Während der 20er Jahre arbeitete ich in Stuttgart als Leiter des Konstruktionsbüros bei Daimler. Dort zeichnete ich für mehrere erfolgreiche Rennwagen verantwortlich und bekam deshalb den Titel eines Doktor-Ingenieur-Ehrenhalber der TH Stuttgart. Damit wären wir schon bei Hinweis Nummer 7. 1930 gründete ich ein Konstruktionsbüro in Stuttgart, das für zahlreiche Automobilhersteller arbeitete. Meine bekanntesten Fahrzeugentwicklungen jener Zeit, ein Renn und ein Kleinwagen, wurden von den Nazis propagandistisch stark genutzt. Eine antisemitische Gesinnung ließ ich aber nicht erkennen und weigerte mich auch stets, Uniform zu tragen, obwohl man mich in die SS aufgenommen hatte und mir mehrere Orden und den Titel eines Honorarprofessors an der TH Stuttgart verliehen hatte. Boah, das war ein Satz, glaube ich. Der kleine Wagen war der Käfer. Der Renn- und der Kleinwagen, ja, das muss eigentlich dann der VW Käfer gewesen sein, ja. Die genannten Autoren, da unten steht noch ein Hinweis, die genannten Autoentwicklungen sind der Auto-Union-Silberpfeil-Rennwagen, einer der ersten mit Mittelmotor und natürlich der Volkswagen Käfer. Den käme er noch und lieben wir noch. Und der Porsche 356, das ist dann noch seine dritte Entwicklung, kommt die noch? Wahrscheinlich. Der habe ich. Ist das die Definition eines Technokraten, weil tatsächlich kenne ich die nicht? Das steht da mit Doppelpunkt hinter Technokrat, also muss es die Definition sein. Denn wenn es da steht, dann ist es so. An die, das erinnert mich ein bisschen an die Bundestagswahlplakate der FDP, Digital First, Bedenken Second. Gab es die? Gibt es die? Sind die aktuell? Ja, ja. Das habe ich noch nicht gesehen. Das waren die bei der letzten Bundestagswahl. Und der Christian Lindner hat ja mit seinem schönen Gesicht Wärmung gemacht, wo er immer sehr gepostet hat. Und unter anderem gab es auch diverse Parodien mit alle, also so Parship, alle zehn Sekunden verliebt sich ein Liberaler in sich selbst. Das habe ich extrem amüsiert. Ja, schön. Neuntens. Meine berühmteste Autoentwicklung hatte einen schweren Start. Mehrere Hersteller lehnten in den frühen 30er Jahren ihre Herstellung ab. Erst ein staatlicher Eingriff verhalf ihr zur Produktion, wenn auch zunächst als Kriegsgerät. Nach dem Krieg wollte keine der Besatzungsmächte den Wagen haben, sodass er schließlich als zunächst einziges Produkt eines neuen deutschen Autoherstellers auf den Markt kam. Da geht es jetzt dann vermutlich um den Porsche 356. Tatsächlich muss ich zu meiner Schande gestehen, dass ich jetzt nicht gewusst hätte, dass der Porsche 356 der berühmteste der Porsche-Reihe ist. Naja, also der berühmteste, der wurde unterdessen. Aber ich glaube, der legendärste ist, wo der James Dean ums Leben gekommen ist. Ist die Frage, ob das der ist. Also ich habe jetzt auch auf einen 911er getippt aus dem Bauch raus. Aber ich bin kein so einer Autonar, da könnte man mir jetzt auch die Geschichten erzählen. Schade, dass wir es niemals herausfinden. Wir werden es nie erfahren. Ja, niemals. Hinweis Nummer 10. Nach 22 Monaten französischer Kriegsgefangenschaft, die mit einem Freispruch endete, arbeitete ich an der Weiterentwicklung des genannten Kleinwagens. 1950 erlebte ich noch die Anfänge der Produktion eines Sportwagens, der als erster meinen Namen trug. Ah, okay, nee, dann geht es da jetzt erst um den Porsche. Dann war vorher die Rede von dem Käfer. Den Welterfolg, den sowohl dieser Sportwagen als auch in noch weit größerem Maße der Kleinwagen erzielen sollten, war es mir leider nicht mehr vergönnt zu erleben. Ich starb am 30. Januar 1951 in Stuttgart. Stuttgart. Ich muss mich so konzentrieren bei diesen Sätzen. Ich habe es auch wahnsinnig klein ausgedruckt. Ja, das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Hat aber den Vorteil, du liest es langsamer vor. Das stimmt, ich gebe mir wahnsinnig viel Mühe. Fällt euch das eigentlich auch? Ja, total. Lese ich schöner vor als sonst? Ja, also auf jeden Fall immer mega klein alles ausdrucken ab sofort. Sehr gut. Wenn ich meine, normal drücke ich nie was aus. Das ist eh außergewöhnlich. Jürgen, mir fällt da zum Thema, ob du noch besser vorliest als sonst. Once you hit max level, you don't level up anymore. Ist das so? Ja. Du bist quasi schon maximal level gewesen vorher. Oh. Blöd. Trotzdem habe ich hier noch Hinweis Nummer 11. Heute kennt jedes Kind meinen Namen vom Heck der heute noch darunter gebauten Sportwagen. Und der von mir entwickelte und zunächst von der Nazi-Freizeitorganisation Kraft durch Freude im niedersächsischen Fallersleben hergestellte rundliche Kleinwagen ist noch immer das erfolgreichste und bekannteste Auto der Welt. Disclaimer. Mehrere Autotypen haben mittlerweile nach Zählung ihrer Hersteller die Stückzahl des Käfers überboten. Darunter der Toyota Corolla und der VW Golf. Das hätte ich sogar gewusst. Hättest mich doch mal sagen lassen. Nein, ich muss jetzt hier, das ist das Kleingedruckte, das muss man ganz schnell vorlesen. Da diese aber über ihre Laufzeit etliche Male durch gleichbenannte, komplett neukonstruierte Autos abgelöst worden sind, kann ich das aber nicht gelten lassen. Die Plagiatsvorwürfe bei der Volkswagen-Entwicklung habe ich im Interesse der Kürze weggelassen. Ja, ich glaube keine Statistik, die du nicht selber geblieben hast. Aber um auf die Geschwindigkeit von so einem Packungsbeilage-Vorleser zu kommen, da musst du doch ein bisschen üben. Das ist gar nicht mein Anspruch. Das stimmt, aber die, ja, nee, ja. Danke, Herr Ärmel. Ja, schön war es. Vielen Dank, das war schön. Ein bisschen zu leicht, ein bisschen zu viele Buchstaben, ein bisschen zu klein ausgedruckt, aber hey, man kann nicht alles haben. Vor allem ihm vorzuwerfen, dass es zu klein ausgedruckt ist, ist das Beste. Was haben die Römer jemals für uns getan? Das Aquadukt. Okay, dann glaube ich, machen wir zu. Wir sehen uns nächste Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.